Wir sind gerade im Zoo in Prag und da sind schon die ersten Tiere hier im Baum und da hinten da wackelt auch gerade so ein Ameisenbär. Uiuiuiui ist das kaschlich, ist das süß? So cool, wir waren jetzt gerade in so einem Nachtgewächshaus, wo Fledermäuse und sowas rumgeschwürzt sind. Riesengroße weiße Fledermäuse habe ich noch nie gesehen. Ich bin auch ein bisschen erschrocken und lauter so kleine Nachttiere wie Beuteltiere, die hier rumgehüpft sind und Mure und sowas. Aber da konnte ich leider die Kamera nicht einkacken. Und hier ist angeblich ein Oran-Utan drin, nur leider sehe ich keinen. Hier sind angeblich irgendwo Oran-Utan. Ich hoffe, ich sehe sie noch. So ihr Lieben, ich mache gerade mal eine Kaffeepause. Der Zoo ist hier voll toll, ich kann natürlich jetzt nicht jedes Tier filmen. Deswegen werde ich einfach noch ein paar Fotos machen und die euch dann jetzt dann hier einblenden, damit ich die Kamera nicht immer zu auspacken muss. Und ja, ist einfach praktischer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020